WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sind immer eine Familie. Denn es war immer schon dieselbe Richtung, die Gemeinschaft und ein Wertesystem, das verbindet. In allen Phasen. Heute sind wir stolz auf jedes zufriedene Lächeln eines Kunden, auf unseren Serviceanspruch seit nunmehr 30 Jahren und auf die Integrität, die das Fundament unserer stabilen EFM-Gemeinschaft formte. Wir sind stolz auf die Tradition unserer Erfolgsgeschichte, den eigenen Standard der Vergangenheit und der Gegenwart, mit der Vision für die Zukunft. Jeden Tag sind wir mit höchstem Anspruch und Herz für unsere Kunden dabei. Von Mensch zu Mensch. Und das bereits seit über 11.000 Tagen. An fast 100 Standorten. Mit fast 100 besonderen Partnern. Vertrauen und Sicherheit. Das sind Werte, denen knapp 100.000 Kunden tagtäglich vertrauen. Aber heute scheint sich die Welt schneller zu drehen als je zuvor. Nicht alles, was war, ist anders. Aber auch nicht alles, was war, ist gleich. Was uns vor Herausforderungen stellt, stellt uns genauso vor Chancen. Und diese verstanden zu haben und zu ergreifen, lässt uns gemeinsam wachsen. Es ist eine neue Zeit. Aber unsere Gemeinschaft und die Werte bleiben. Für die Fortführung einer Tradition 2.0. Und man muss immer etwas haben, worauf man sich freut. Wir sind EFM. Seit 30 Jahren. Und auch in den nächsten 30. Werte in Beständigkeit. Werte in Beständik. Werte in Beständik. Vielen Dank.